Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Podcasts von und mit Johann Lafer. Ab sofort ist er eben nicht nur Starkoch, Unternehmer, Herausgeber seines eigenen Lafer-Magazins, sondern auch Moderator und Podcaster. Lieber Johann, was erwartet uns denn heute? Ja, liebe Sabrina, schön, dass wir wieder mal gemeinsam auf Rekord gedrückt haben. Wir sind ja zusammen nach Potsdam gereist und dort treffen wir einen Menschen, den ich sehr bewundere. Er ist charmant, er ist smart, er ist witzig und ich glaube, er war fast in allen deutschen Wohnzimmern schon zu Hause. Aber eher im übertragenen Sinn, würde ich sagen. Ja, genau. Mein Gast heute ist TV-Moderator Günther Jauch. Deine Gäste in diesem Podcast haben ja alle etwas gemeinsam, und zwar die Liebe zum Genuss. Da fehlt mir jetzt gedanklich erstmal die Brücke bei Günther Jauch. Könnte man denken, aber Günther Jauch ist natürlich neben Moderator zu sein. Er ist Winzer, er ist Unternehmer und ich glaube, darüber kann man sehr viel erfahren, was die meisten noch nicht wissen. Über den beruflichen Werdegang informiere ich jetzt nochmal und stelle ihn ganz kurz vor. Günther Jauch ist am 13. Juli 1956 in Münster geboren. Er wuchs die ersten drei Jahre dort auf und zog danach mit seiner Familie in das Berliner Villenviertel Lichterfelde West. Nach dem Gymnasium in Berlin begann er ein Jurastudium, das er allerdings 1975 abbrach, um an die Journalistenschule nach München zu wechseln. Beim Bayerischen Rundfunk begann er als Sportmoderator und moderierte unter anderem von 1985 bis 1989 gemeinsam mit Thomas Gottschalk die B3-Radioshow. Mit 29 Jahren wechselte Jauch zum Fernsehen und wurde zunächst Reporter beim SDR und Moderator für das Format des Bayerischen Rundfunks Live aus dem Alabama sowie für die ZDF-Sendung So ein Zoff. Ab 1988 übernahm er vor der Kamera das aktuelle Sportstudio und unterschrieb 1990 bei RTL einen Vertrag für das TV-Magazin SternTV. Diese Sendung moderierte er sogar 891 Mal. Den Bayerischen Fernsehpreis gab es 1998 für seinen Auftritt mit Marcel Reif unter dem Titel Torfall von Madrid. Seit dem 3. September 1999 moderiert er die RTL-Quiz-Sendung Wer wird Millionär? Ab 2011 bis 2015 talkte er zusätzlich auch im Ersten in einer nach ihm benannten wöchentlichen Show am Sonntagabend. Privat ist Günter Jauch Weinliebhaber und Genussmensch. Im Jahr 2010 setzte er mit der Übernahme des Weinguts von Ottegrafen eine mehr als 200-jährige Familientradition fort. Das Gutshaus und der Englische Landschaftsgarten gehören seit 1805 Jauchs Vorfahren. Zusammen mit Spitzenkoch Tim Braue eröffnete Günter Jauch dann im Herbst 2019 sein erstes eigenes Restaurant, die Villa Kellermann, am Ufer des Heiligen Sees in Potsdam. Ja, lieber Herr Jauch, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier in der Villa Kellermann sitzen dürfen. Eine große Ehre für mich, denn ich bewundere Sie wirklich und ich glaube, alle, die aus dem Podcast jetzt hören, sind begeistert von einer Person, die nicht nur im Fernsehen bekannt ist, sondern auch natürlich seit Neuestem Gastronom oder, wie soll ich sagen, Unternehmer ist im Bereich der Gastronomie. Villa Kellermann, was ist das genau? Villa Kellermann ist ein sehr geschichtsträchtiges Haus, gute 100 Jahre alt, war am Anfang in jüdischem Besitz, ist dann von den Nazis enteignet worden. Dann saßen die Nazis hier drin, dann kamen die Russen, dann saßen die Russen drin, dann kam die DDR, dann war das das Haus des Kulturbundes, also ein Haus mit Kultur, mit der Wende, wurde es dann verkauft an einen Hasardeur, der hier eine Spielbank draus machen wollte, das ging natürlich nicht, dann war es eine Zeit lang mal ein Restaurant und stand dann zehn Tage, zehn Tage wäre schön gewesen, zehn Jahre leer und war dann eine bedauernswerte Ruine. Und ich habe beim Eigentümer immer alle halbe Jahre nachgefragt, ob er es nicht verkauft und ob er nicht, und nach zehn Jahren war ich dann, nach gut zehn Jahren war ich erfolgreich und habe dann das ganze Haus wieder saniert und wollte es zu einem öffentlichen Ort eben machen, weil es sehr schön am See liegt, gegenüber liegt das Marmorpalais, wo viele deutsche Könige geboren wurden und es ist ein sehr idyllischer Fleck, nur 500 Meter von der Berliner Stadtgrenze entfernt und ist jetzt wieder ein Restaurant, wo Tim Rauhe dafür sorgt, dass deutsche Küche mit dem Tim Rauhe asiatischen Pfiff entsprechend verfeinert, die man hier zu essen bekommt und auch ein Haus mit schönen Weinen, also eigentlich ein Ort zum Genießen. War das von Anfang an beabsichtigt, in dieser Villa Kellermann wieder ein Restaurant einzubauen? Na, ich wollte es, wie gesagt, zu einem öffentlichen Ort machen und öffentliche Orte, da gibt es dann immer die Möglichkeit, man macht ein Museum draus, naja, was soll denn das sein? Und dann heißt es ja ein Begegnungszentrum oder ein Café oder eine kleine Bibliothek, aber das ist alles immer so was Halbgares. Ich wollte da die Möglichkeit schaffen, dass man also mit einer Tasse Kaffee den Ort im Grunde genauso genießen kann, wie mit einem drei-, vier- oder fünf-Gänge-Menü und dass im Grunde dadurch jeder zutritt und nach Möglichkeit keine Schwellenangst hat. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Wenn man aber Tim Rauhe hört, dann denken wir natürlich als, so wie ich, Kollege, zuerst mal an gehobene, luxuriöse Küche und dann höre ich jetzt Kaffee und Begegnung für jedermann. Naja, also ich wollte ausdrücklich kein Sternerestaurant. Das habe ich mit ihm auch so besprochen und insofern ist das mit dem Tempel, den er in Berlin führt, in der Rudi-Dutschke-Straße und der ja zu Recht gerühmt ist und zu den 50 besten Restaurants der Welt gehört. Also da wollte ich nicht mit ihm um den 51. Platz streiten. Und da haben wir uns dann auch entsprechend geeinigt. Also es ist natürlich keine Trattoria und ist auch keine Kneipe. Es ist eben schon ein schöner Ort und natürlich auch schöne und auch gehobene Küche. Aber wie gesagt, wer den Ort genießen will, kann hier hinkommen. Und speziell im Sommer ist es schon sehr schön hier. Ich war selber da. Ich kann es nur noch unterstreichen. Ich war sehr glücklich. Wir haben uns schon darüber eingehend mal vor längerer Zeit unterhalten, weil ich finde, dass diese Mischung aus Klassik und Moderne hier wirklich extrem dargestellt wird auf dem Teller. Also mir hat das persönlich sehr gut gefallen. Was isst denn Günther Jauch eigentlich am liebsten, am liebsten hier in diesem Restaurant? Hier esse ich ganz gerne tatsächlich, wir haben so einen kleinen Schweinekrustenbraten, den mag ich gern. Das Gulasch mag ich gern, das nicht so klassisch gewürfelt daherkommt, sondern in einer Scheibe. Und so zart ist, dass man es mit einem Teelöffel berührt, fällt es schon auseinander. Also das Gulasch, dann praktisch dieses Schweinechrüstchen mag ich gerne. Ein Klassiker sind natürlich die Königsberger Klopse, die ursprünglich Obama mal bei seinem Staatsbesuch hier dann in Berlin serviert bekommen hat. Also urdeutsche Gerichte im Prinzip, aber Tim Rauhe bringt ja überall so eine gewisse Schärfe rein. Und die macht das dann auch bis zu so einem kleinen Salat, macht das eigentlich sehr, sehr eigen. Also ich bilde mir mittlerweile ein, wenn man mir so drei kleine Gänge serviert, dass ich dann den Tim Rauhe-Twist daraus schmecken könnte. Genau. Was ist denn Günter Jauch persönlich am allerliebsten? Also ich bin prinzipiell, gebe ich zu, Fan der italienischen Küche, weil ich tatsächlich diese Vielfalt aus Antipasti, danach dann als Zwischengericht ein kleiner Nudelgang, danach die Wahl zwischen Fisch und Fleisch und die Art und Weise, wie das da zubereitet wird, mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Deswegen kann man mich tatsächlich auch, kann man mich auch gerne in einfachste italienische Restaurants reinschleppen. Da finde ich immer was. Ich habe länger gebraucht, um asiatische Küche gut zu finden. Mag ich mittlerweile auch ganz gern. Auch mit Sushi oder allem, was so aus Japan zu tun hat, habe ich mich am Anfang etwas schwer getan. Mittlerweile esse ich das auch sehr gerne. Wo ich noch keinen Zugang dazu gefunden habe, gebe ich zu, ist indische Küche. Da schwärmen ja sehr viele. Sehr speziell, auch sehr stark im Kommen, weil sie sehr würzig ist. Auf den Zug würde ich freiwillig noch nicht springen, aber kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Also wenn man in Münster geboren ist und dann in Berlin aufgewachsen ist, dann war ja wahrscheinlich in der Kindheit, ich sage mal, das traditionelle Essen, so auch das Berliner Essen, wahrscheinlich das, was auch die Kindheit geprägt hat, oder? Eigentlich war es eher rheinisch geprägt. Meine Eltern kommen beide vom Niederrhein, Düsseldorf und Wesel, also Himmel und Äth mit Blutwurst. Das ist also Apfelkompott und Püree und dann mit einer gebratenen Blutwurst. Also es war bei uns eigentlich, war die Woche durchgetaktet. Also freitags, weil wir katholisch sind, freitags gab es grundsätzlich Fisch. Für die Kinder war dann der Jubeltag, wenn es Fischstäbchen gab. Samstag gab es grundsätzlich Eintopf. Aha, genau, das ist ganz von mir genauso. Ja, also immer wahlweise Linsensuppe, Erbsensuppe, Rindfleischsuppe, Graupensuppe, genau. Und in der Erbsensuppe schwamm dann manchmal so ein komisches Eisbein irgendwie drumherum. Also das war so gar nicht mein Ding. Und Sonntag war natürlich... Das Festmahl. Ja, war das Festmahl. Das war so der Tag, wo praktisch Fleisch gesetzt war. Und das war so die Zeit, als ja diese Wiener Waldrestaurants hochkamen und Hühnchen. Also etwas ganz Besonderes war, mit einer ganz klaren Hierarchie am Tisch. Also dass der Vater das beste Stück bekam, also Bruststück. Wirklich? Ja, also meine Mutter sah immer zu, dass mein Vater, der bestand gar nicht darauf, der war eigentlich da sehr bescheiden. Aber meine Mutter sagt, selbstverständlich, du bekommst also das Bruststück. Dann war am zweitbegehrtesten war die Keule. Dann kam der Flügel. Und dann kam, was ich zum Beispiel immer sehr gern gegessen habe, so die Innereien. Der Magen. Und wenn der Magen, Leber, dann war nicht so beliebt, war der Hals, weil der natürlich, da musste man an dem Knochen, da musste man rumkennen. Dann Hinterteil, konnte man sehr knusprig braten, schmeckte mir eigentlich auch ganz gut. Das Herz war auch immer noch in so einem Tütchen mit drin, in dem Hähnchen. Also eigentlich hat mir da alles gut geschmeckt. War denn damals in der Kindheit das Essen ein besonderer Tagesinhalt oder hat man das eher so wie heute manchmal vernachlässigt? Nein, es war sehr klar getaktet, weil meine Mutter, wir waren drei Kinder zu Hause, meine Mutter hat nicht gearbeitet, sondern sich ausschließlich um die Kinder gekümmert. Und wir hatten immer Schulschluss um fünf nach halb zwei, waren dann angehalten, sofort in den Bus zu steigen, damit wir um zwei Uhr zu Hause waren. 14 Uhr kam mein Vater auch immer von der Arbeit, der hatte so fünf, sechs Kilometer Autoweg. War Journalist, oder? Ja, war Journalist in einer Nachrichtenagentur und also um 14 Uhr hatte man zu Hause zu sein und da wurde meine Mutter auch sauer, wenn wir dann erst den Bus später genommen hatten, weil wir getrödelt haben, weil sie dann immer warten musste. 14 Uhr und dann ging das Essen so 45, 50 Minuten. Dann war bei meinen Eltern immer ein kleiner Mittagsschlaf angesagt, so von 20, 25 Minuten, wehe, da hat jemand angerufen. Und abends gab es dann lediglich in Anführungsstrichen Butterbrot. Ja, genau, so das typische Haus, Brotzeit. Genau, genau. Aber grundsätzlich kalt. Dann trank, mein Vater trank dann eine Flasche Dortmunder Aktienbräubier dazu. Und die Kinder tranken was? Also wir Kinder tranken, da war die Zeit, wo es noch hieß, Milch ist gesund. Milch durften wir trinken, so viel wie wir wollten oder Wasser aus dem Wasserhahn. Erst heute sagt man, dass also übermäßig viel Milch angeblich nicht so gut sein soll. Morgens aßen wir sehr gerne entweder Haferflocken mit bitterem Kakao. Also nicht der süße Nesquik-Kakao, sondern Van Houten-Kakao. Der war immer, der hatte viel dunklerer, viel dunkler. Und da konnte man dann mit Zucker irgendwie nachher, also entweder das oder tatsächlich einfache Cornflakes. Dann kamen so langsam auf Cornflakes, die schon so mit Zuckerkruste waren oder mit Schokolade etc. Da sagten meine Eltern immer nein, also maximal die normalen Cornflakes. Wir durften als Kinder erst sehr spät diese Honigpops essen, dieses süße Zeug, was dann auch so ein bisschen ploppte, wenn die Milch dann drüber gegossen wurde. Aber ansonsten, morgens haben wir uns auch das Frühstück, als wir dann älter waren, selber gemacht. Selber gemacht. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten, so zum Beispiel glaube ich, dass wir beide Ministrant waren, ziemlich lange. Was bedeutete diese Zeit für Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung? Auch eigentlich war das eine schöne Zeit, die einen, ohne dass man das so empfunden hätte, zu einer klaren Disziplin auch gezwungen hat. Also am Sonntag zum Kirchgang ging man danach an den Kasten und da hing dann der neue Dienstplan für die Ministranten. Und da stöhnte man natürlich, wenn man am nächsten Sonntag für die Frühmesse eingeteilt war, 7 Uhr früh oder Maiandacht, 6 Uhr 30 morgens während der Woche dann auch. Und das waren natürlich so die Dienste, bei denen man dann irgendwie zusammenzuckte. Aber es konnte einen auch Samstagabend, 18 Uhr, zur Sonntagvorabendmesse treffen oder Sonntag, 18 Uhr oder zum Hochamt, Sonntag, 11 Uhr. Aber das war eine schöne Gemeinschaft. Ja, fand ich auch. Und ich habe das für die Jahre sehr gerne gemacht. Ich war auch bei den Pfadfindern in der Kirche. Und die Kirche war eigentlich so mein soziales Umfeld. Da hatte ich dann auch Freunde gefunden. Da fuhren wir ins Zeltlager etc. Und all das, was dann anscheinend in der Zeit und auch später heute so hochgekommen ist an Missbrauchsfällen, also da bricht mir dann schon immer das Herz, weil ich nicht ansatzweise so etwas bei uns in der Gemeinde erlebt habe. Es gibt ja ganz viele bekannte Personen aus dem Fernsehen, die interessanterweise, die alle Ministrant waren. Warhard Schmidt, Thomas Gottschalk, auch alle, die haben alle diesen entsprechenden Hintergrund. Ich weiß nicht, woran das liegt. Katholische Kirche ist natürlich auch so dieses Zelebrieren, dieser gewisse Pomp, diese Stimmung, Weihrauch und acht Kerzenträger und der eine mit dem Kreuz und alle machen ein wichtiges Gesicht. Und da lernte man im Grunde, wie man in einer Hierarchie, allerdings tatsächlich mit einer gewissen Automatik, dann irgendwann aufstieg. Und das wurde auch relativ gerecht verteilt. Da gibt es ja auch diesen berühmten Messwein, kam der damals schon von der Saar, von der Mosel. Das habe ich keine Ahnung. Hat mich auch nicht interessiert, weil ich ja, ich habe ja sehr lange mit Alkohol gar nichts zu tun gehabt, hat mir auch nicht geschmeckt. Eher diese kleinen Oblaten. Hostie. Also an denen haben wir uns zuweilen vergriffen, aber immer nur an denen, die noch nicht geweiht waren. Nicht geweiht waren, genau. So, jetzt vielleicht ein Thema, was sich unmittelbar da anschließt, ist ja, wenn man so früh eine Beziehung bekommt als Kind, weil man eine Tante hat, die ein Weingut hat an der Saar und möglicherweise da auch mal hinfährt, hat das schon damals irgendwann mal den Wunsch hervorgerufen, irgendwann möchte ich selber mal auch so etwas besitzen oder so ein Weingut haben? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da in den Ferien hingefahren zum Großonkel und zur Großtante, die selber keine Kinder hatten und deswegen sich freuten, wenn auf dem riesigen Gelände mit zweieinhalb Hektar Park und wunderschönem Gutshaus mit, weiß ich nicht, 25 oder 30 Zimmern, die es da gab, wenn da was los war, aber wie so ein Betrieb funktioniert, wie ein Weinberg über das Jahr bewirtschaftet wird, wie es dann während der Lese zugeht und welche Bedeutung die Weinbereitung dann auch im Keller hat, das hat mich zum einen als Kind nicht interessiert und hat sich mir damals auch nicht erschlossen, sondern das waren einfach diese Personen und dass man da im Park Vögel beobachten konnte und die hatten ein Luftgewehr und da durfte ich in der Gegend rumballern und sowas hat mir einfach gefallen. Mir interessiert das wie der Wein. Ja, also zu dem Wein, also ich glaube, wenn man mich da examiniert hätte als Kind, welche Traube wird hier überhaupt angebaut, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das überhaupt gewusst hätte. Das werden wir im zweiten Teil ausführlich besprechen, natürlich dann über das Weingut, aber jetzt nochmal vielleicht zurück ein bisschen zum Genuss. Hat denn auch in Ihrer Familie jetzt, nachdem man ja möglicherweise ein bisschen öfter zusammen ist, sicherlich auch nicht ganz so unter Druck steht, als wenn man eine normale Situation hätte, hat denn das auch dazu geführt, dass man sich zu Hause mehr mit dem Thema Essen beschäftigt? Oder kocht Günther ja auch überhaupt in der Küche oder war er schon mal in der Küche zu Hause? Ja, ich bin schon, ich werde auch zu niederen Arbeiten, die mache ich auch nicht schlecht. Also früher habe ich als Kind gern mal einen Teller fallen gelassen beim Abtrocknen, um damit doch unter Beweis zu stellen, dafür, dass ich nicht der Richtige bin. Mittlerweile also Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen, irgendwelche Zutaten irgendwo besorgen, Tisch decken, Tisch abdecken, sich um die Getränke kümmern. Kümmere dich bitte wenigstens um die Getränke, heißt das dann bei mir zu Hause. Was ich tatsächlich nicht gerne mache, das ist Kochen, weil ich finde, dass der, aber es ist natürlich auch, weil ich ungeübt bin, dass der Arbeitsaufwand und der Arbeitseinsatz, also einmal vom Überlegen, was koche ich überhaupt, bis zum Besorgen der Zutaten, bis zum entsprechenden Vorbereiten, Zubereiten, dass das eigentlich in keinem Verhältnis steht zu der Zeit, in der man das dann verputzt hat. Wenn ich zum Beispiel Junggeselle wäre, ich glaube, dass bei mir die Küche der kleinste, unwichtigste Raum wäre und dass ich sage, wenn ich mir eine schöne Küche kaufen würde, für das Geld könnte ich wahrscheinlich ja 15 Jahre lang ins Restaurant gehen. Ja, aber von was lebt denn Günther Jochemann? Sie sind jetzt so viel in Köln zum Beispiel wahrscheinlich. Ja, ich meine, wie stelle ich mir so einen Alltag vor? Naja, also der Alltag, also Frühstücken, im Vergleich zu früher wird es ja wahrscheinlich jetzt keine Haferflocken mehr wie Milch geben. Nein, nein, das ist klar, also Frühstücken tue ich meistens überhaupt nicht. Oder ich sage es mal anders, ich habe, bei mir ist es so, dass ich gerne esse und trinke, aber ich habe dann immer Sorge, dass ich tagsüber, wenn ich das tagsüber mache, träge werde. Aus zwei Gründen, also erstens wegen des vollen Bauchs, weil ich was gegessen habe und zweitens wegen Alkohol sowieso schon. Ich kann tagsüber, ich kann abends, kann ich sehr gut trinken, tagsüber aber gar nicht. Noch nicht mal so ein halbes Glas Sekt, dann werde ich sofort müde. Und bei mir ist es immer so, dass ich gerne mein Tagwerk vollbracht habe und dann ist es für mich so eine Art Belohnung. Was hole ich für ein Fläschchen Wein aus dem Keller, was gibt es denn heute, was passt dazu? Haben wir einen schönen Tisch gedeckt und Kerzen aufgestellt zum Beispiel. Sowas finde ich schön. Oder, dass ich mich auf einen Restaurantbesuch richtig freue. Aber ich muss das Gefühl haben, dass ich tatsächlich mein Tagwerk abgeschlossen habe. Und ich gebe zu, dann habe ich auch gerne Hunger bzw. Appetit. Das heißt also, wenn ich mittags irgendwie schon mehr was gegessen habe und abends schaffe ich dann irgendwie nicht mehr so viel, das gefällt mir irgendwie nicht. Also aufs Frühstück kann ich locker verzichten. Ich kann auch darauf verzichten, den Rest des Tages was zu essen. Okay, manchmal esse ich einen kleinen Joghurt. Was anderes ist es, wenn ich körperlich arbeiten muss, wenn ich irgendwo rumrennen muss, wenn ich im Garten so drüben habe, dann merke ich sofort, wie die Reserven schmilzen. Dann kriege ich Kohldampf. Aber dadurch, dass ich natürlich eher der Bürotyp bin, der sich vergleichsweise leider ein bisschen zu wenig bewegt, kann ich das gut aushalten. Und abends geht das dann wunderbar. Und das ist natürlich ungesund. Und der Rest der Familie hat das bei mir begriffen. Die sagen, also Entschuldigung, abends jetzt hier, dann wälzen wir uns alle in der Nacht von links nach rechts. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Also insofern bin ich in jeder Hinsicht Old Economy, was das Essen angeht. Ich habe auch gehört, dass man Ihnen eine große Freude machen kann, wenn man abends beim Fernseher sitzen darf und Günther Jauch bekommt von seiner Frau ein paar Schnittchen gebracht. Stimmt das? Ja gut, das ist eben abends, wenn keine Lust da ist, was zu machen. Oder wenn es auch angesagt ist, dass ich mal wieder ein bisschen weniger, ja, dann gibt es so kleine Bröckchen und mit verschiedenen bisschen Schinken, bisschen Käse etc. Und dann ist es praktisch so wie früher zu Hause. Früher gab es immer diese Trumpfschogetten. Ja, genau. Das war für uns Kinder, war das immer, und da habe ich noch eins und da habe ich noch eins. Das kriege ich dann manchmal als Schnittchen. Aber dann ist im Grunde, dann fällt eben das klassische Abendessen aus. Also Schnittchen sind schon die Ersatznummer dann. Schaut Günther Jauch noch seine eigene Sendung an? Nie, nein. Ich habe sie nie angeschaut und schaue sie auch nie an, weil das für mich schwierig ist. Das kennen Sie vielleicht früher, wenn Sie so Passbilder von sich gemacht haben. Dann kamen die aus so einem Automaten raus, dauerte immer ein paar Minuten, kamen die raus und dann war man immer furchtbar enttäuscht. So sehe ich, guck mal so sehe. Und dann hat man es anderen gezeigt und die haben gesagt, wie toll. Nein, genau so siehst du aus. Ist bei vielen Leuten auch so, wenn sie das erste Mal ihre Stimme hören, wenn die irgendwo aufgenommen ist, dass sie sagen, wie klinge ich denn? Das ist ja ganz schrecklich. Ich habe kein Problem damit, Fernsehen zu machen, fühle mich damit auch subjektiv wohl. Sobald ich mich aber selber sehe, gefällt mir das oft gar nicht mehr. Und deswegen schaue ich mir das nicht an, weil ich dann entweder Komplexe entwickle oder anfange, selbstoptimierend tätig zu werden. Und das ist mir dann zu anstrengend. War Fernsehen immer der absolute Wunschtraum? Nein, war er nicht, weil ich ja im Radio angefangen habe. Ihr habt beide angefangen, 85 beim Bayerischen, Sie beim Rundfunk, ich beim Fernsehen. Ja, ich habe beim Radio viel früher angefangen. Ich war als 15-Jähriger hier beim RIAS, da habe ich allerdings nur so als Bote die Meldung hin und her getragen. Aber beim Bayerischen Rundfunk war ich dann schon fest angestellt, in den 70er Jahren. Mit Gottschalk zusammen auch, oder? Ja, zu der Zeit war der auch schon da. Der war, glaube ich, ein, zwei Jahre früher. Also wir kennen uns aber jetzt etwas mehr als 45 Jahre und haben uns natürlich beim Bayerischen Rundfunk kennengelernt. Aber ich war schon ein Radiokind. Ich habe immer sehr gerne Radio gehört. Auch dann nachts heimlich unter der Bettdecke, wenn ich eigentlich am nächsten Tag Schule hatte und habe ich noch spätabends Radio gehört und war sehr glücklich beim Radio und habe das ja auch zehn Jahre gemacht. Aber dann gab es eben die Möglichkeit, Fernsehen nebenher zu machen. Und dann hat das Fernsehen mich irgendwann ganz, ganz gegriffen. Großartig, weil wir haben uns ja auch öfter bei Stern TV gesehen, ich glaube, weit über 800 Sendungen. Da gab es immer viele Lebensmitteltests, wo wir dann immer obligatorisch vor Weihnachten gesucht haben, was ist die beste Gans und oft muss man feststellen, dass die preiswerte Gans von einem Discounter sehr gut war. Naja, nicht zwangsläufig, sondern um der Wahrheit jetzt die Ehre zu geben. Da hatten wir dann auch drei Spitzenköche und einer war Johann Lafer. Und mir ist eben unvergessen, wenn er die billigste Gans zugelost bekam, wir haben die vorher immer verlost. Hat er absichtlich gemacht? Nein, 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 das wechselte, glaube ich, von Jahr zu Jahr. Und was er dann aus der billigsten Gans gemacht hat, wenn er die entsprechenden Tester, die entweder zur besten Gans wählten oder sagten, sie könnten sie von den anderen, die zum Teil das Zehnfache kosteten, nicht unterscheiden, dann wurde mir so langsam klar, was Kochen und Gutes und Feines Kochen für eine Kunst ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, das erste Mal kam in Deutschland diese Diskussion, dass Köche Künstler sind, auf, als Lafontaine in Bonn Minister war. Ich weiß gar nicht, welcher Minister er damals war. Könnte sein sogar Finanzminister. Und der hatte einen eigenen Koch im Ministerium. Ja, genau. Da diskutierte man über sein Gehalt. Über sein Gehalt. Genau. Und das waren 5.000 Mark damals. Also 2.500 Euro bekam der im Monat. Und ein Sturm der Entrüstung ging durchs Land. Und Lafontaine, natürlich als Saarländer, schön essen und trinken, war dem immer wichtig. Der stand fassungslos davor. Und es gibt wenige Grundsätze, die ich mit Lafontaine gemein habe. Aber das habe ich tatsächlich damals gelernt. Da hatte er vollkommen recht. Und da hatte er es beim Wähler schwierig, das zu verteidigen. Aber ich glaube, der Herr Schröder hatte damals auch schon sehr viel Gefühl für gutes Essen. Hatte er auch vor allen Dingen, glaube ich, auch gute Weine. Das war natürlich dieser Toskana-Fraktion, glaube ich, geschuldet. Der Schiele hatte ja, glaube ich, auch ein Haus in der Toskana. Da gingen natürlich die Weine aus Montepulciano gut weg. Also für Essen und Trinken, Joschka Fischer, da hat er ja auch einen großen Sinn dafür. Walter Scheel, Walter Scheel, als ich in Schweizer Sturm war, Walter Scheel, der hatte damals schon die beiden Müllers als seine Köche. Ich war ja auch lange Koch vom Kinkel, vom Außenminister. Und da muss ich sagen, da hat man schon auch sehr großen Wert gelegt, dass man Deutschland gut repräsentiert hat im Kulinarischen. Aber Deutschland hatte nie so einen richtigen Stellenwert. Finden Sie, dass das heute wesentlich besser ist? Also wenn man mit Leuten zusammen ist und sagt, jetzt können wir essen, auch internationale Leute, dass man da größeren Respekt hat? Also ich kann mich erinnern, ich bin ja im alten West-Berlin aufgewachsen, was kulinarisch wirklich eine Diaspora war. Und ich weiß auch, wenn also in den entsprechenden Wartaführern, Feinschmeckern… Wo gingen wir denn da hin damals? Ach na ja, was… Zum Heinz Hall. Ja, es gab dieses, so ein Chalet Swiss… Ja, genau. Ich habe auch, ich habe 1977 in Berlin gearbeitet, im Schweizer Stuben. Ja. Und deswegen… So, das gab es. Dann manche Hotels, also das Hotel Berlin, da gingen meine Eltern… Also mein Vater lud unsere Familie ungefähr einmal in sechs Wochen, gingen wir zusammen essen. Das war dann meistens tatsächlich auch Sonntagmittag. Meine Mutter freute sich dann auch, dass sie nicht kochen musste. Und mein Vater war immer sehr großzügig und sagte, wenn ich zum Essen einlade, darf jeder das bestellen, was er gerne möchte. Und meine Mutter war allerdings eher sparsam, die las die Speisekarte immer von rechts. Von der Preisseite. Ja, also die ging die Ding durch und wenn der Preis, also wenn es für sie vertretbar ging, dann ging sie nach links, ob ihr das schmeckt. Und das hat mein Vater wahnsinnig gemacht. Ich würde gerne noch zwei, drei Fragen stellen zum Thema Fernsehen, weil das ist ja das, was natürlich Mami Günther ja auch an erster Stelle in Verbindung bringt. Wenn man so viele Sendungen im Leben gemacht hat und so viele Leute kennengelernt hat, dann gibt es doch bestimmt wie immer die Frage, was waren die absoluten Highlights für Günther Jauch? Ach, das ist schwierig zu sagen, weil… War es das Sportstudio beim ZDF zum Beispiel? Gut, da kamen natürlich tolle Leute, die ich selber auch bewundert habe, weil ich absoluter Fußballfan war. Da sind sie natürlich alle aufgelaufen, die Rang und Namen hatten, weil Fernsehen und speziell das aktuelle Sportstudio damals natürlich noch eine Riesennummer war. Also das war eine Ehre, wenn man da hinkommen durfte. Und es gab natürlich kaum Menschen, die damals abgesagt haben. Heute weiß ich, dass sich das im Rahmen der Selbstvermarktung, also jeder Profi vermarktet sich selbst und wenn er was zu sagen hat, dann macht er das über Twitter oder über seinen Facebook- oder Instagram-Account. Es ist also viel schwieriger für die sogenannten Massenmedien, die sie eigentlich nicht mehr sind, weil Social Media sie zu einem guten Teil abgelöst hat. Das war früher leichter, die Leute zu kriegen. Ich weiß noch, in meiner ersten Sendung hatte ich Bubi Scholz und Reinhold Messner auf einmal. Also das war schon schön. Auf der anderen Seite ist es so, man geht ja auch immer so ein bisschen nach der Sympathie und wie die Leute sich dann so aufführen, auch hinter den Kulissen. Und da habe ich festgestellt, dass die ganz Großen tatsächlich oft die Lockersten und Freundlichsten waren. Die hatten zwar ein schreckliches Management um sich rum, was immer ganz wichtig tat. Und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Das ist auch bei uns so. Wenn wir die Kochsende gemacht haben, muss ich sagen, wenn da oft die Leute kamen und da kam das Management, also nur Garderobe in weiß und die Flasche und das Brötchen und da kam der Künstler selber und dann hat ihn das gar nicht interessiert, dann frage ich mich manchmal, was soll das ganze Gehabe? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das sind so diese Wichteleien der zweiten und dritten Garde, sowie auch wiederum Künstler beziehungsweise Prominente, die so zur B- und C-Fraktion gehören. Die sind ja dann oft sehr speziell. Die stellen irre Forderungen und sind nicht gut zum Haben. Meine Lieblingsgeschichte ist immer die Geschichte eines Künstlers, wo das Management vorher anfragte, wie sieht der Boden der Garderobe aus? Ja, ist es Teppich oder Parkett? Ja. Und dann hat man gesagt, da ist Parkett drin. Da haben die gesagt, muss für den Künstler Teppich sein. Und dann habe ich mal gehört von einer anderen Produktion, wo auch wieder gefragt wurde und dann haben die gesagt, ja, da ist Teppich drin und dann hat das Management gesagt, und dann bitte Parkett. Also nur, um die Leute irgendwie zu kujonieren. Es gibt ja auch Verträge von irgendwelchen Künstlern, wie die Minibar gefüllt sein muss. Also welcher handgeschöpfte irische Whisky aus tausend Jahre alten Quellen dann da drinstehen muss. Und am Ende spielt es eigentlich alles gar keine Rolle. Was diese Leute sehr mögen ist, wenn man nicht über ihr eigentliches Fach spricht. Also wenn sie mit berühmten Fußballspielern zusammensitzen, die finden das nicht so besonders erotisch, wenn sie sie auf ihre letzten fünf Tore, die sie ja großartigerweise hier und da geschossen hätten, ansprechen. Oder wenn sie mit Politikern eben mal nicht über Politik reden, sondern über, was weiß ich, über Kindererziehung oder über Reisen, andere Länder oder über irgendwelche Interessen, die sie privat haben. Also wer mit solchen Leuten zu tun hat, das wäre so mein Ratschlag, wenn man die für sich gewinnen möchte, spricht sie eigentlich nicht auf ihre eigentliche Profession an. Deswegen würde ich auch sagen, lassen wir jetzt den Beruf, Günter Jauch, lassen Sie uns zurückkommen auf das Kulinarische, auf das Genussthema, was ja uns heute hauptsächlich zusammengeführt hat. Herr Jauch, womit könnte man Sie nachts um zwei aufwecken, mit welchem Gericht, was ich zubereiten sollte? Also ich habe ein Gericht, was ich sehr gerne esse, das heißt Tornedo Rossini. Oh, das ist ja was ganz Besonderes. Das ist ein Kracher. Das ist ein Kracher. Vielleicht für die Hörer jetzt nochmal, das ist Rinderfilet mit einer Leber drauf und dann Ruffelsoße und dazu ein Püree oder was isst man dazu? Ja, ja. Kartoffelpüree. Genau, da kann es dann tatsächlich auch mal ein relativ schwerer Rotwein dazu sein, das passt ja dann. Ja, das gönne ich mir einmal im Jahr, wenn es toll läuft, zweimal. So, das ist ein gutes Stichwort, deswegen würde ich sagen, ich habe das leider nicht dabei, deswegen hoffentlich kann ich mit einem Dessert jetzt auch Freude verbreiten. Lieber Herr Jauch, jetzt steht vor uns ein Lebkuchenmus mit einer Birne, die ist eingelegt in Orangensaft mit ein bisschen braunem Zucker und dazu gibt es ein Krokant von Mandeln. Guten Appetit. Also, es sieht schon ganz wunderbar aus und schon aus der Beschreibung, finde ich, hört man, mit wie viel Fantasie, Kreativität, auch Liebe zum Produkt, eben gute Köche so etwas angehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich von immer mehr Menschen tatsächlich auch geschätzt wird. Also, ich glaube, eine Zeit lang hat man einfach irgendwas gegessen. Die Deutschen haben natürlich für, weiß ich nicht, für einen Spoiler bei ihrem Auto, waren sie gern bereit, nochmal 2000 Euro draufzulegen, aber beim Essen sind sie dann kniepig gewesen. Ich glaube, zu Franzosen haben wir uns noch nicht entwickelt, aber wir verbessern uns langsam. Ja, aber ich glaube, Corona hat schon sehr dazu beigetragen, dass man sich zu Hause mit dem Essen beschäftigt, dass man besser einkauft, dass man sich mehr Zeit nimmt. Auch viele Menschen, die ja durch das Homeoffice gezwungen sind, zu Hause Frühstück, Mittag und Abendessen zuzubereiten, die beschäftigen sich schon damit. Ich glaube schon, dass die Leute heute sich mehr damit beschäftigen. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Kultur in Deutschland hat sich in dem Bereich schon extrem verbessert. Das glaube ich, da sind wir uns einig. Also, wie gesagt, von Restaurants her, finde ich auch, von der ganzen Qualität her ist in den letzten 20, 30 Jahren, ist da sehr viel passiert. Riesige Qualitätsverbesserungen, übrigens auch, was den deutschen Wein angeht. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch frappant, dass man sagt, bei eigentlich tendenziell sogar sinkenden Preisen geht die Qualität immer weiter nach oben. Und da hat sich sehr viel verändert. Herr Jauch, wie schmeckt dir mein Dessert? Es schmeckt ganz wunderbar, aber es schmeckt auch so, wie ich es insofern erwartet habe, als mir schon vor vielen Jahren Johannes B. Kerner und Volker Weiker, das ist ein bekannter Regisseur in Deutschland, die beiden immer gesagt haben, naja, es wimmelt ja inzwischen von Köchen, die so im Fernsehen machen, aber der Einzige, der so richtig Ahnung hat, und insbesondere, wenn es um Desserts geht, dann ist das Johann Lafer. So, das haben die mir also sehr früh schon klar gemacht, das habe ich immer bestätigt bekommen. Und was ich hier gerade sehe, oder schmecke, ist natürlich auch, das ist nicht einfach nur etwas Süßes zum Abschluss, sondern da ist es ja auch mit der Birne, die so eine gewisse Säure hat. Und wo dann auch von der Konsistenz her mit dem Krokant, den es dazwischen hat, das ist einfach etwas Raffiniertes, ohne dass es so ein Tüpfel-Ikebana auf dem Teller ist. Also Landschaftsmalerei. Und das ist eben etwas ganz Besonderes. Und man muss das auch gar nicht einzeln auseinandernehmen, sondern es ist einfach eine schöne, eine tolle und eine schmackhafte Idee, weswegen ich auch sehr gerne in ein Restaurant gehe und lasse mir gern etwas vorschlagen. Also in neun von zehn Fällen lohnt sich das wirklich und man geht glücklich raus. Und das finde ich das Besondere und das Schöne und das Tolle beim Essen und bei dem Ergebnis von Kochen. Und deswegen ist es eine Kunst, Menschen heute glücklich zu machen. Also, dass sie das genießen und dass sie frohgemut dann von so einem Essen aufstehen. Deswegen ist es ja mehr als peinlich, dass sie in unserem Restaurant sind, wo wir nichts kochen und sie das Dessert mir noch mitbringen. Also das wird mir jetzt lange in Erinnerung bleiben. Habe ich gerne gemacht. Das, was Sie seit jüngster Vergangenheit jetzt in Ihrem Portfolio haben, neben Fernsehunternehmern, ein Weingut an der Saar. Von Ottegrafen. Von Ottegrafen. Meine Großmutter hieß Elsa von Ottegrafen. Also wenn die nicht einen profanen Herrn Jauch geheiratet hätte, würde ich heute als Günther von Ottegrafen im Fernsehen rumlaufen. Hätte sicherlich was, aber insofern ist es zumindest, ist der Name beim Weingut erhalten geblieben. Was war der Anlass, wir haben ja eingangs kurz darüber gesprochen, der Anlass, irgendwann dieses Weingut zu übernehmen? Also ich bin, wie gesagt, als Kind sehr viel da gewesen, allerdings nur bis zum zwölften Lebensjahr. Danach ist mein Großonkel Max von Ottegrafen gestorben. Und bei der Großtante war es so, dass einem doch schnell als Berliner Ferienkind ein Besen in die Hand gedrückt wurde, um mal den Hof zu fegen oder einen Rasenmäher, um zweieinhalbtausend Hektar Rasen zu mähen mit so einem Spindelmäher von Hand. Und das findet man irgendwann als Teenager nicht mehr so prickelnd. Ich bin dann nicht mehr hingefahren. Und das lief auch dann die kommenden 40 Jahre so, dass ich nicht mehr da war. Denn irgendwann verstarb dann auch meine Großtante. Die Ehe war kinderlos. Und sie hat dann aus ihrer Familie, hat sie eine Großnichte adoptiert, bevor sie gestorben ist. Es war eine Ärztin aus Köln. Und die hat es dann bekommen. Und damit war das Weingut seit ungefähr 200 Jahren das erste Mal so aus unserer direkten Familienlinie raus. Sprich, ich habe mich damit gar nicht mehr beschäftigt. Und hörte irgendwann bei einem Abendessen in Berlin durch einen Zufall, dass dieses Weingut wohl zum Verkauf stehen soll. Und dann habe ich erst mal meiner Frau Bescheid gesagt, wusstest du übrigens, dass bei uns in der Familie ein Weingut gab? Und als Kind war ich da und jetzt höre ich gerade und kann doch gar nicht sein. Und da habe ich mich noch in der Nacht hingesetzt und habe an die Eigentümerin also einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich bin also der und der und als Kind sei ich da viel gewesen. Und dann hat sie sehr freundlich geantwortet und hat gesagt, ja, wir sollten doch mal vorbeikommen und dann könnten wir uns das mal ansehen etc. Und dann sind wir ungefähr zwei Jahre lang immer so alle paar Wochen dahin gefahren. und haben dann wieder, bin da in das Leben wieder eingetaucht. War für mich auch frappierend. Nach 40 Jahren hatte sich da nichts verändert. Also die Bäume, die mein Großonkel vor 100 Jahren gesetzt hatte, die waren, als ich klein war, waren die 60 Jahre alt. Da waren die riesig groß. Und jetzt waren sie 100 Jahre alt fast und waren eben noch größer. Für mich war alles so, wie ich es damals, von damals noch in Erinnerung hatte. Und das war einerseits romantisch, zum anderen, auf der anderen Seite war es eben ökonomisch auch 40 Jahre älter geworden, ohne dass ich da was getan hätte. Und dieses schöne Gut mit dem tollen Park und diesen Steillagen, die wie eine Wand dann hinter dem denkmalgeschützten Gutshaus in den Himmel ragen, das ist einerseits eben landschaftlich sehr schön und was ganz Besonderes. Auf der anderen Seite eben ökonomisch schwierig zu bewirtschaften. Und da ist auch lange an den Maschinen und am Keller und wo viel... Nichts gemacht worden. Nichts gemacht worden. Und das habe ich eben beides so gesehen. Und dann war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Und es kam auch noch dazu, ich hatte so viel zu tun, weil ich da die Talkshow in der ARD gerade übernommen hatte. Das war immer, genau. Und ich hatte überhaupt gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Und die wiederum haben sich so schwer von dem Weingut getrennt. Das heißt, die wollten eigentlich nicht verkaufen und ich wollte eigentlich nicht so richtig kaufen. Und so sind wir dauernd umeinander rumgeschlichen. Und nach zwei Jahren haben wir gesagt, also wir müssen jetzt irgendwie mal zu Potte kommen. Und dann habe ich es tatsächlich gekauft. Meine Frau fand das eine super Idee, weil die hat einen Hang zur Landwirtschaft und zum Arbeiten da und handfest zupacken. Und ja, und dann hatten wir es und mussten dann anfangen, das zu entwickeln. Wir haben es dann komplett saniert. Wir haben die Technik komplett erneuert. Wir haben alles im Grunde mal auf den heutigen Stand gebracht. Das waren natürlich Rieseninvestitionen. Und dann ging es eben auch darum, das Weingut aus diesem Dornröschenschlaf zu erwecken. Und heute ist das Weingut natürlich gehört es zu den Besten. Und wir trinken jetzt welchen Wein zu dem Dessert? Also eine wirkliche Stärke des Weingutes. Wir verkaufen zwar zu zwei Dritteln trockene Rieslinge, aber traditionell sind natürlich die sogenannten restsüßen Rieslinge, also Kabinette, Spätlesen, Auslesen, Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen, Eisweine. Das ist so, ja, das ist genetisch in unserem Weingut drin. Und speziell zu einem solchen Dessert haben wir jetzt eine Auslese Alte Reben aus dem Altenberg. Das ist wirklich eine der schönsten und auch qualitativ besten Rieslinglagen in Deutschland aus dem Jahr 2018. Fast noch ein bisschen schade, denn eine solche Auslese hält sich locker 30, 40, 50, 60 Jahre. Ich habe die Beweise im Keller und trinke manchmal und die werden natürlich mit der Zeit immer schöner. Was bei diesen süßen Weinen, weil ja das Interessante ist, dass die billigsten Weine, die Sie heute auf der Welt kaufen können, sind süße Weine und die teuersten Weißweine sind auch süße Weine. Und was hier das Besondere ist, ist, dass die Süße mit der Säure kämpft am Gaumen. Das ist also nicht einfach ein pappig süßer Wein, sondern der hat immer noch diese Säure, der tanzt am... Genau, die frische auch. Ja, der tanzt am Gaumen, ist absolut frisch. Und viele denken ja, oh, süßer Wein, schwerer Wein, viel Alkohol. Und dann haben Sie hier ein Alkoholgehalt von 7%. Wahnsinn, das ist nicht viel mehr wie im Bier. Fast im Weizenbierbereich, so ungefähr. Und das ist dann schon etwas sehr Schönes und sehr Besonderes. Und diese Art von Weinen, also unsere Kabinette, die Spätlesen und die Auslesen, waren vor gut 100 Jahren die teuersten Weine der Welt. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe noch so Speisen und Weinkarten vom Waldafastoria und so weiter. Da sieht man ja gerade, dass die Mosel und die Saar damals ja zu... Die waren ja teuer als die französischen ganz bekannten Weine wie Motorotschild. Ungefähr dreimal so teuer. Also bei meinem Großonkel war das, dass eine Flasche vier Goldmark kostete und die teuersten Weine aus Frankreich damals ungefähr eineinhalb Goldmark. Und der hat im Grunde immer nur gelacht. Wenn der ein Prozent seines Weines verkauft hat, hatte der alle Kosten des Weingutes gedeckt. Also es war eine Rendite von 99 Prozent. Wahnsinn. Da sage ich, solche Renditen schafft man heute nur noch im Drogenhandel, mit Prostitution oder beim Fernsehen. Aber jetzt mal vielleicht zu der Gewichtung Ihrer persönlichen Belange. Familie, Fernsehen, Unternehmer und Weingut. Welche Rolle spielt denn das Weingut jetzt im Gesamtkontext? Also Fernsehen spielt immer noch mit Abstand die größte Rolle, wird aber langsam immer weniger. Aber Deutschland kann ohne Günther ja auch nicht. Doch, doch. Doch, guck mal. Wenn man heute überlegt, dass die Bevölkerung Deutschland sagt, wer soll der neue Bundespräsident oder Bundeskanzler werden, dann kommt bei der Umfrage Günther Jauch raus. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Günther Jauch demnächst von dieser Bildfläche verschwinden wird. Nein, jetzt nicht demnächst und auch nicht völlig verschwinden. Aber das ist so wie mit großen Köchen, Herr Lafer. Und zwar ist es nämlich so, dass... Das kann man nicht vergleichen. Doch, denn die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Fernsehmoderatoren und von unersetzlichen Köchen. Auch die sind irgendwann mal ersetzbar. Und es gibt so viele Beispiele von Menschen, bei denen man gedacht hat, also beruflich kann die Lücke nie gefüllt werden. Und das kann sie natürlich am Ende doch. Und das ist auch der ganz normale Gang der Dinge. Ich mache jetzt seit 45 Jahren Radio und Fernsehen. Und da kommen jetzt sicherlich noch mal ein paar Jahre dazu. Aber natürlich ist das irgendwann endlich. Die Frage kommt jetzt unweigerlich von mir. Die muss kommen. Wer ist denn Ihr ernstzunehmendster Konkurrent? Müssen Sie, der ernstzunehmende Konkurrent sind im Grunde mittlerweile die sozialen Medien. Ja. Wenn Sie denken, dass Menschen, die Schminktipps geben, drei Millionen, vier Millionen, sechs Millionen Follower haben, die sich jeden Tag anschauen, wie die sich mal schminken, mal sich neue Ohrstecker anmachen, mal erzählen, wo sie als nächstes hin verreisen, dann ist das ja tatsächlich im Vergleich zum guten alten Fernsehen eine völlig neue Welt. Und das ist zum Beispiel eine Welt, in der ich ja nicht mitmische, denn ich müsste mir vielleicht... Herr Joch, Sie haben also in der Beziehung gar nichts. Also weder Facebook noch Twitter. Ja, ich habe gar nichts. Warum? Ja, es ist gar nicht so sehr ideologisch begründet, sondern für mich einfach, dass ich sehe, dass diese sozialen Medien wahnsinnige Zeitfresser sind. Es hat keinen Sinn, wenn sie bei Twitter sind. Also mein Freund Thomas Gottschak hat das gemacht. Der hat meinen Twitter-Account angefangen, der sehr schnell sehr erfolgreich war. Aber er sagt, jeden Tag hat er das Ding im Grunde immer füttern und bedienen müssen. Und am meisten möglichst noch private Dinge oder so? Natürlich. Also er sagt zum Beispiel, also wir sitzen zusammen in einem Restaurant und dann ist es ihm fast peinlich. Dann sagt er, du, können wir mal schnell ein Bild machen? Und ich sage, das können wir gerne machen, aber wozu? Für was? Ja, ich muss jetzt mal wieder... Meine Fans, meine Fans befriedigend. Dann kommt also ein Bild, ja, schön, dass wir beide irgendwo beim Essen sitzen. Das wird also raus in die Welt geschickt. Und dann kann man zwei Minuten später, sind dann da 850 Likes. Okay, aber mir erschließt sich dann der Sinn, außer man sagt, ich nutze das geschäftlich und ich kann das irgendwie alles vermarkten. Aber das ist erstens nicht so ganz mein Ding. Zweitens, also es interessiert mich nicht so besonders. Drittens ist es mir wahnsinnig mühsam, weil es eben ein Zeitfresser ist. Und dann kenne ich wieder Leute, die das wissen, die sagen, okay, den Account machen mir ganz andere Leute. Da denkt man dann, das ist irgendwie alles privat, aber da wird dann einfach nur, wir müssen uns mal zwei Tage treffen, müssen Fotos machen, wie du Tretboot fährst, wie du durch den Wald joggst, wie du dir neue Schuhe kaufst. Ansonsten haben wir noch Anfragen von einem Parfümhersteller, von einem Autofabrikanten und Trainingsanzugmarke. So, und das müssen wir jetzt alles mal unter einen Hut kriegen. Du fährst das mal mit dem Auto um die Ecke, machst dies und das und dann wird häppchenweise, wird das dann im Grunde rausgelassen. Also das ist ja auch dann eine Scheinwelt, mit der ich nicht so furchtbar viel anfangen kann. Ich akzeptiere das, dass das jetzt wichtig ist. Ich sehe auch die Vorteile, wie schnell man direkt kommunizieren kann, wie man nicht mehr im Grunde journalistische Gatekeeper hat. Also früher wusste jeder, der irgendwie einen Schmerz hatte, der musste zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehen oder zur Bild oder zum Fernsehen, irgendwo um seine eigene, in Anführungsstrichen, wahre Geschichte loszuwerden. So, und das braucht es heute nicht mehr. Fußballspieler sagen, und lest bitte nach, ich habe meinen Vertrag verlängert, das geben die nicht mehr im Fernsehen bekannt, sondern über Facebook oder Instagram. Da können sie nämlich genau das so sagen, wie sie das persönlich auch sehen. Wie sie das möchten. Ob das dann immer mit der Wahrheit zu tun hat, ist ja was anderes. Aber sie können es so machen, wie sie möchten. Die brauchen keine anderen Medien mehr. Und deswegen sind die, glaube ich, die Bedeutung der klassischen Medien ist langsam zwar, lineares Fernsehen ist immer noch eine Macht, aber langsam rückläufig. Herr Jauch, was wünscht man sich, wenn man so erfolgreich ist für die Zukunft? Ach. Sie können jeden Tag guten Wein trinken, den haben Sie selber. Das stimmt. Sie sind sehr, sehr, sehr beliebt wie kein anderer in Deutschland. Sie haben ein eigenes Restaurant, Sie haben ein wahnsinnig soziales Engagement. Ich habe jetzt mal gesehen, Sie kümmern sich um ein Krankenhaus oder um einen Bereich in Afrika, wo Sie wirklich mit Ihrem Geld sehr, sehr viele Dinge machen für Kinder und so weiter. Ja, also das Letztere ist ohnehin selbstverständlich. Aber gerade weil das alles sich so gut gefügt hat, kann ich da eigentlich immer nur die relativ langweilige Antwort geben, dass ich mich freue, wenn das im Wesentlichen so bleibt. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man ja auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man einigermaßen gesund noch oder nur mit kleineren Zipperlein durchs Leben geht. Und insofern bin ich froh und zufrieden und habe tatsächlich keine drängenden Wünsche, was sich jetzt morgen, übermorgen oder im nächsten Jahr sich für mich verändern sollte. Im Gegenteil, wenn zum Beispiel, wenn es irgendwann mal heißt, wir können Sie bei der und der Sache nicht mehr so gut gebrauchen, dann hoffe ich und bilde mir auch ein, dass es so kommen wird, dass ich dann nicht beleidigt bin, sondern dass ich sage, ja, das macht nichts und vielen Dank, dass es so lange so gut gegangen ist. Aber ich muss jetzt etwas Ehrliches sagen, Herr Joach. Ich finde es einfach so schön, dass jemand sich die Zeit nimmt und ich weiß das sehr zu schätzen und dass wir hier wirklich in Potsdam sitzen dürfen und dieses Gespräch führen. Ich wünsche Ihnen alles, alles erdenklich Gute. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen das, was Sie sich selbst wünschen und ich kann nur eins sagen, jetzt spreche ich mal als Bürger des Landes. Wir brauchen Sie noch lange. Vielen Dank. Das beschämt mich ein wenig. Und dann mache ich noch ein bisschen weiter. Okay. Also in diesem Sinne. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Das war Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. In der nächsten Folge mit Schauspielerin Jutta Speidel.